Ich sitze in meinem Zimmer, mein Schaukelpferd galoppiert. Das Fenster ist offen und ich beobachte die Nachbarn, die in meinem Augenwinkel vorbeilaufen. Ich liege in meinem Zimmer, meine Federn im Haar, das Fenster ist zu und ich verschone die Nachbarn, die an den Spitzen meiner Pfeile vorbeilaufen. Du siehst, wie der Eisvogel etwas in den Himmel schreibt. Du hörst, wie der bunte Fisch im Aquarium weint. Du riechst, die Nelken, die auf dem Tisch die Köpfe hängen lassen. Ich habe eine Sue-Feder, ich habe Sue-Blut, ich habe ein Sue-Herz, ich bin durch und durch Sue. How do you do, how does it feel to be so high and are you happy? Ich habe die Tür aufgemacht. Er hat die Tür aufgemacht. Hallo. Guten Tag. Ich ziehe Einsamkeit an. Ich auch. Du und ich, wir erleben Sachen, die echt zumäßig sind. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen wofür? Dafür, dass wir unzertrennlich sind. Unsere Liebe. Unsere Liebe. Deine Eltern mögen keine Araber. Wer sind denn die Araber? Ich bin die Araber. Jeder dahin, wo er hingehört. Rothäute und Bleichgesichter passen einfach nicht zusammen. Tschüss. Das ist das so etwas. Herr Kollege, tschüss. Vielen Dank.